Ich habe eine neue Freundin gefunden. Das ist Nevia. Nevia ist eine viel mächtigere Hexe als die, die mir damals den Verjüngungstrank verkauft hat. Wie hieß sie schnell? Ach, ist doch auch egal. Die vergangenen Wochen habe ich im Magischen Reich verbracht. Für einen guten Preis kann man alles kaufen, auch die ewige Jugend. Nevia hat es geschafft. Ich bin für immer jung. Hier sehen wir unsere überglückliche Serena. Denn wie wir im Intro gesehen haben, sie hat es nun wirklich geschafft. Sie wird für immer jung bleiben. Dazu verholfen hat ihr ihre neue Bekanntschaft Nevia Landervort. Sie ist nämlich eine sehr, sehr mächtige Hexe und hat es geschafft, dass unsere Serena einfach nie wieder in ihrem Leben altern wird. Aber nun ist sie von dieser aufregenden Reise endlich zurück nach Hause gekehrt und ich bin schon gespannt, was ihr Ehemann dazu sagen wird. Immerhin war sie schon seit Wochen nicht mehr zu Hause. Ryan hat jetzt natürlich gehört, dass sie wieder nach Hause gekommen ist und stürmt sofort auf sie zu. Wir werden jetzt einmal mit ihr streiten und zwar streiten wir über die Erziehung ihrer Tochter. Serena, wo warst du? Du kannst mich und Coco nicht einfach alleine lassen. Du hast Verantwortung. Wir haben ein Kind zusammen. Wir sind verheiratet. Ne, warte. Sind sie überhaupt verheiratet? Sie sind doch immer verlobt. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, wie ihre Hochzeit aussehen soll. Auf jeden Fall schreit Ryan sie weiter an und sagt, Coco hatte Geburtstag. Du warst nicht mal bei ihrem Geburtstag da. Sie hat dich so vermisst. Ich glaube, sie weiß nicht mal mehr, wer du bist. Serena war ja schon immer ein sehr stolzer Sim und wir wissen alle, dass sie ihre Prioritäten ein wenig anders setzt als die meisten von uns. Aber natürlich möchte sie sich nicht mit ihrem steinreichen Fast-Ehemann streiten. Deshalb wird sie ihm einmal eine unglaubliche Geschichte auftischen. Sie wird sagen, Ryan, Schatz, es tut mir so unheimlich leid. Ich hatte das alles nicht geplant. Es gab einen Notfall bei meinen Mietern. Du weißt schon, das Mietshaus, das ich besitze. Ich musste so viel recherchieren, so viel arbeiten. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Deshalb habe ich es einfach nicht nach Hause geschafft. Und dann macht Serena das, was sie am besten kann. Sie wird ihn vollkommen um ihren Finger wickeln. Sie wird einmal mit ihm flirten und ihm einfach sagen, wie gern sie ihn noch hat und dass sie sich nicht streiten möchte. Dass ihre Ehe doch das Beste ist, was ihr jemals passiert ist. Dann wird sie einmal seinen Hals küssen. Und dann werden sie ein Techtelmechtel miteinander haben. Das ist auch wieder mal ein sehr klarer Beweis, wie sehr sie sich um ihre Tochter kümmert. Sie hat sie noch nicht einmal begrüßt. Aber das Techtelmechtel brauchen wir für die Story auch. Immerhin soll unsere Cinderella zwei Stiefschwestern haben. Also schreibt mir schon gerne Namensvorschläge in die Kommentare. Möglicherweise ist unsere Serena ja schwanger. Die Reise war für unsere Serena anscheinend unfassbar anstrengend. Deshalb ist sie jetzt auch direkt eingeschlafen. Und Ryan ist eben ein guter Vater. Deshalb wird er sich jetzt ein wenig um Coco kümmern. Er wird einmal nach ihr sehen. Immerhin ist sie unfassbar traurig. Dann wird er sie einmal liebevoll umarmen. Irgendwie kann ich mir beim Anblick der zuckersüßen Coco gar nicht vorstellen, dass sie Cinderella's böse Stiefschwester werden soll. Zum Thema Cinderella übrigens. Da habe ich euch ja schon öfter gefragt, was wir mit dem mysteriösen Kind namens Cinderella machen sollen. Also das eben gleich alt ist wie unser Navine. Viele von euch waren ja dafür, dass wir sie adoptieren und dass das unsere Cinderella wird. Aber irgendwie ist sie schon zu alt. Und andererseits hat sie auch eigene Eltern. Das wäre dann nicht adoptieren, sondern entführen. Und da hatte Franzi in den Kommentaren eine tolle Idee. Man könnte ja sagen, dass Snow einen Unfall hat und Cinderella sie vor ihrem Ableben bewahrt. Und deshalb benennt Snow ihre jüngste Tochter dann Cinderella. Sind sie nicht absolut entzückend? Meine Jungs gehen heute zum Abschlussball. Navines Verabredung kenne ich sogar. Es ist Jillian. Er meint, sie sind nur Freunde. Aber ich weiß nicht, sie werden schon ein schönes Paar. Damon hat mir nicht erzählt, mit wem er hingeht. Er ist leider gerade in einer schwierigen Phase. Die beiden verstehen sich auch nicht besonders gut. Sie streiten die ganze Zeit. Und hier sind wir nun bei unserer Familie Parker. Navine versucht sich hier gerade beim Kochen. Er möchte Eier und Toast machen. Und um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Angst. Denn vor wenigen Minuten hat er die Küche in Brand gesteckt. Aber eines muss man ihm lassen. Er hat das Feuer dann auch selbst wieder gelöscht. Wir haben heute einen sehr aufregenden Tag. Denn es ist Samstag. Heute ist Abschlussball. Und unser Navine geht mit seiner noch nur guten Freundin Jillian hin. Jillian hat ihm am Ende des letzten Parts ja gestanden, dass sie Gefühle für ihn hat. Er ist sich noch nicht ganz sicher. Hat er das auch so kommuniziert? Aber der Abschlussball wird sozusagen ihr Testdate. Also da werden wir einfach schauen, ob die beiden besser nur Freunde bleiben oder ob wirklich mehr daraus werden kann. Wer ganz sicher nicht beim Abschlussball sein wird, das ist unser Damon. Der hat seiner Fastfreundin Catherine nämlich schon versprochen, dass die beiden gemeinsam den Abschlussball schwänzen werden. Snow hat davon nicht die geringste Ahnung. Sie war mit den beiden ja gerade erst unterwegs und hat ihnen neue Outfits gekauft. Aber wie könnte es anders sein? Damon will sich natürlich mal wieder gegen alle Autorität auflehnen und möchte nicht zum Ball gehen. Außerdem sind leider alle aus der Familie unfassbar traurig, denn unsere Sprinkles ist leider von uns gegangen. Aber die Familie Parker wäre nicht die Familie Parker, wenn sich die Übereignisse nicht wie immer überschlagen würden. Heute haben auch noch die Drehlinge Geburtstag. Also Tayo, Adam und Christopher werden heute zu Kindern. Und morgen wird unser Noah schon zum Teenager. Noah und Damon sitzen gerade hier unten beim Frühstückstisch. Noah wird sich einmal über seine Probleme beschweren und wird Damon einfach sagen, dass er Sprinkles so, so sehr vermisst. Und wird ihm dann ein wenig von der Schule erzählen. Um genau zu sein, erzählt er ihm davon, wie sehr er sich schon darauf freut, seinen Geburtstag mit seinen zwei Freunden zu feiern. Unser kleiner Noah hat nämlich eine kleine Jungs-Clique gegründet. Einer seiner besten Freunde ist Meg. Und dann gibt es außerdem noch Anakin. Snow möchte natürlich auch, dass Noah einen schönen Geburtstag hat. Und deshalb werden wir heute eine Pyjama-Party veranstalten. Also während die Zwillinge beim Abschlussball sind, wird Noah seinen Geburtstag mit einer Pyjama-Party feiern. Er ist unser Gastgeber und einladen wird er Anakin und dann noch Meg. Starten werden wir um 16 Uhr, damit wir noch genügend Zeit haben, das zu spielen, bevor der Abschlussball startet. Um für die Feier alles vorzubereiten, wird Snow hier einmal Ordnung machen. Natürlich backen wir eine Schokotorte und dann machen wir noch eine Partygröße, Gemüseauflauf. Und der erste Gast von Noah ist schon eingetrudelt. Er wird einmal mit Anakin lustige Gesichter schneiden und dann wird er ihn einmal fragen, wie es ihm geht. Und Meg ist auch schon da, der hat anscheinend Hunger. Dann können gleich mal alle ein Gericht nehmen und den ausgezeichneten Gemüseauflauf von Snow genießen. Mit der Geburtstagstorte werden wir natürlich noch warten. Immerhin hat Noah ja erst morgen Geburtstag. Ich glaube, das mit den Schlafsäcken ist echt sein absoluter Traumgeburtstag. Deshalb wird er seinen Gästen jetzt auch gleich eine Geschichte erzählen. Und zwar eine Schauergeschichte über einen einsiedlerischen Wolf. Und das erzählen wir natürlich nur Anakin und Meg. Ich glaube nämlich, unsere Snow würde nicht so viel davon halten, wenn sie wüsste, dass ihr Sohn und seine Freunde sich hier Gruselgeschichten erzählen. Nun ist es soweit. Der Abschlussball beginnt. Und hier sind wir. Noch sitzen die Jungs hier und warten auf ihre Dates. Und deshalb wird Navin die Gelegenheit jetzt nutzen und mit seinem Bruder ein ernstes Wörtchen reden. Er wird ihm eine dramatische Geschichte erzählen und ihn dabei nochmal ermahnen und sagen, Damon, ich hoffe, du machst heute keinen Blödsinn. Wir bleiben, solange Mom es uns erlaubt hat, am Abschlussball und dann gehen wir sofort nach Hause. Ist das klar? Und Damon sagt natürlich, ja, ja, natürlich ist das klar. Werde ich schon machen. Aber wie wir alle wissen, lügt er. Und da kommt auch schon Catherine auf die beiden zu. Damon wird einmal hingehen und wird sie einmal umarmen und dann können die beiden hier einen Fruchtwunsch nehmen. Was? Navin ist Abschlussballkönig? Oh mein Gott, wie toll! Und sein Date hat es gar nicht mitbekommen. Jillian ist nämlich viel zu spät aufgetaucht und dann ins Badezimmer verschwunden und hier macht sie Sit-Ups. Aber Navin wird sein Date jetzt erstmal offiziell begrüßen. Er wird hingehen und wird einen mutigen Anemarspruch loslassen. Immerhin fühlt er sich gerade sehr selbstsicher, weil er zum Abschlussballkönig gewählt wurde. Oh, und jetzt tanzen die beiden miteinander. Ich habe zwar keine Ahnung, warum meine Sims dafür immer rausgehen, aber es ist absolut zuckersüß. Und nun ist der Abschlussball auch schon vorbei. Ein wirkliches Date war das für die beiden jetzt nicht. Immerhin ist sie auch viel zu spät gekommen. Er wird ihr jetzt aber einfach nochmal sagen, wie toll sie aussieht und wird mit ihr dann noch eine tiefgründige Unterhaltung führen. Ich schätze, die beiden sprechen einfach davon, dass sie in Kürze die Schule abschließen werden und ja auch planen, an derselben Uni zu studieren. Und deshalb ist er sich nicht sicher, wohin das mit den beiden führen soll. Never mind. Navin hat für sich selbst entschieden. Er ist unsterblich in Jillian verknallt. Dann ist das Date für ihn anscheinend anders verlaufen als für mich. Und weil es nun schon nach Mitternacht ist und Navin seiner Mom versprochen hat, dass er zeitig nach Hause kommt, will er jetzt eigentlich auch nach Hause gehen. Aber wo ist Damon? Von ihm fehlt einfach jede Spur. Deshalb muss er sich wohl oder übel allein auf den Nachhauseweg machen. Und nun ist unser Navin wieder zu Hause angekommen. Er ist unfassbar müde, deshalb wird er sich erstmal ins Bett legen. Aber er möchte natürlich mit Damon heute noch ein ernstes Wörtchen reden. Tayo ist älter geworden. Ich habe die Geburtstage der Drillinge vergessen. Das ist natürlich problematisch. Unser Tayo ist ja unser Happy und deshalb machen wir ihn engelsgleich. Unser Adam war vorsichtig und er wird anhänglich. Und unser Christopher, der wird albern. Während wir weg waren, hatte übrigens auch Anakin Geburtstag. Der ist jetzt ein Teenager und irgendwie unfassbar gemein und streitet sich die ganze Zeit mit Noah. Bevor es für die Familie auf ins Bett geht, wird auch Noah noch einmal die Kerzen auspusten und dann wird er zum Teenager. Für unsere Noah hatte Kitsune übrigens einen tollen Vorschlag. Sie hatte gemeint, Noah könnte ja so ein bisschen im Baggy-Stil sein. Und das passt einfach perfekt. Er schläft gerne, er meditiert gerne, er entspannt gerne, er legt viel Wert auf Wellness, er liebt Yoga und hat fast nur Jogginghosen an. Und genau so wird unser Noah. Deshalb würde ich ihm als Bestreben auch gerne innerer Frieden geben. Obgleich wahre Harmonie recht vergänglich ist, ist es wichtig, Hilfsmittel zu entwickeln, um negative Gefühle abzuschwächen. Ich sehe das bei ihm auch so ein bisschen als Überkompensation. Immerhin ist es in seinem Zuhause immer sehr laut. Es ist sehr viel Babygeschrei. Seine zwei älteren Brüder streiten die ganze Zeit. Es ist einfach immer sehr, sehr turbulent und deshalb sehnt er sich sehr nach Ruhe. Und neben Foul geben wir ihm als zweites Merkmal vegetarisch. Denn für Noah sind alle Lebewesen gleich viel wert. Wenig später erwacht Navin wieder, als sein Bruder Damon nach Hause kommt. Und nun explodiert er. Er wird damit beginnen, ihn seine Abneigung spüren zu lassen und wird einfach nur schreien, wie kannst du Mom das antun? Niemand von uns wusste, wo du warst. Aber ich habe es dir schon mal gesagt. Wenn das nochmal vorkommt, ich werde dich verpetzen. Dann wird er ihn noch einmal beleidigen und ihn einmal anstacheln. Denn unser Navin ist ja ein kleiner Hitzkopf. Das heißt, er hat seine Gefühle und seinen Hass jetzt nicht wirklich unter Kontrolle. Dieser Streit hier artet wirklich komplett aus. Die Beziehung der beiden wird wirklich immer, immer schlechter. Aber möglicherweise finden die beiden ja wieder zusammen, weil ihrer Mutter etwas Schreckliches zustößt. Denn an diesem Tag passiert noch etwas, mit dem wohl niemand gerechnet hätte. Ich bin eine gute Mutter, auch wenn mein Ehemann etwas anderes denkt. Ich meine, seht mich an. Nur für mein Baby bin ich heute mit diesen Schuhen im Park unterwegs. Heute hat Baby nämlich Geburtstag. Und alles dreht sich um sie. Moment. Ist das etwas, no? Ich wurde belogen. Wie konnte er es wagen? Schneewittchen lebt. Aber nicht mehr lange.